Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Sion-Gastro-Tipp des Monats und heute an einem schönen Sonntag führte uns ans Rheinufer von Köln, denn hier liegt die MS Drachenfels von der Köln-Düsseldorfer. Und jeden ersten und dritten Sonntag im Monat wird hier ein Sonntagsbrunch angeboten. Und wir müssen einfach schnell rein, damit wir noch einen Platz bekommen, denn das ist meistens ausgebucht. Sie recht herzlich hier an Bord ankommen zu unserer heutigen Branche. Neben Flusskreuzfahrten oder auch dem Sonntagsbrunch hat die KD auch für jüngere Leute etwas im Angebot. Dann gibt es hier die Sion-Kölsch-Party, eine Ü30-Party oder auch eine Mallorca-Fete, die für das Partyvolk aus Köln hier veranstaltet wird. Und wer die Kölner und die galte fünfte Jahreszeit kennt, der weiß, dass wir da erst richtig aufdrehen. Und dann gibt es ab November das Betriebsfest auf Rheinisch auf dem Event-Katamaran. Eine Mischung aus Party, Impro-Theater und Dinnershow mit garantiertem Angriff auf die Lachmuskeln. Und natürlich gibt es auch zu Karneval und Silvester hier einige Feiern. Wichtig ist nur, vorher reservieren, denn meistens ist hier alles ausgebucht. So, und auf Partys und Feierlichkeiten kann man hier auf dem Sonnendeck noch bis zum Ende abtanzen. Ich bleib noch ein bisschen hier sitzen, gehe noch kurz ans Buffet, esse mich satt. Aber bevor ich das mache, das wisst ihr schon von den letzten Sion-Kölsch, da trinke ich erst noch eins. qué gehts ebenso? Aber wie beirs. Und in etwa bin ich. Angebot sind das für Mainz-Kölsch und der Lachen-Kölsch das Schreiblichkeiten. Beide Assalamual 이런 mit oralemileraubungen, wo aber auf der Lachen-Kölsch und der Aageen Hierzeige spe kernel sind. Also kommt es gut Support, Unterschied rein beim Auskического casos und vor allem Bial lokalen werden. Ein engineer bei einem ...